Das ist Ihr Herz, das ist Ihr Herz, das ist Ihr Herz. Ja, ich weiß, das ist Ihr Herz! Verdammte Scheiße, was... Hallo und herzlich willkommen bei Let's Quail Ellie mit einem viel zu schlimmen Spiel für mich, weil ich sowas von schreckhaft bin und mir definitiv sowas von in die Hose machen werde. Hallo, ich bin Herbert. Hallo. Ladies, ich bin auch Sänger, ich bin ein Krokodil, ich bin im Bett, bin ich wie ein Bär. Warte, 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 ich muss das erst mal vorlesen. Outlast enthält schwere Gewalt, Blut. Ellie, du darfst gerne die Ahtaste drücken. Nichts funktioniert hier. Das ist etwas verwunderlich. Wir starten einfach das neue Spiel, wir fahren jetzt erstmal auf. Oh, ich hab so Angst. Es passiert in den ersten paar Minuten erstmal nichts. Ellie kann sich dann erstmal mit der Steuerung zurechtfinden. Was hab ich für Hände? Ja. Du hast sehr seltsame Hände. Es könnten so große Yowie-Hände sein. Wir grüßen heute übrigens die Jungs von Random Chaos und natürlich... Ich habe eine Waffe in meinem Hinterkopf, ich muss sie grüßen. Komm, schlapp, alles ist da wahr. Fick mich! Alles, was das Licht berührt, Simba. Alles, was das Licht berührt. Mount Massif ist rein. Wir sind da, wir sind nicht in der Irrenanstaltung. Oh Mann, oh Mann. Was hab ich mich da eingelassen, ey? Ich hab mir übrigens auch überlegt, extra für die Jungs von Random Chaos... Ich werde heute Nacht deine Organe essen. Extra für die Jungs von Random Chaos habe ich mir überlegt, ich spreche ein bisschen bayerisch. Und Elli kommt übrigens auch aus Bayern, um genau zu sein, kommt sie aus Franken. Ich fühl mich so verarscht. Ach, du brauchst mich nicht vorerst so viel. Weil ich... Hatte der gerade Nagellack dran? Nein. Doch, guck mal, der hat Nagellack dran. Das ist einfach nur wie ich. Der hat so pinke Nägel. Der hat... Das sieht schon ein bisschen seltsam aus, ne? Ich glaube, er ist einfach ein notorischer Knibler. Uninteressant, learning by doing. Ich kann hüpfen. Eigentlich soll das ja ein Horrorspiel sein. Nee, das ist jetzt nicht gerade so ein Horrorspiel. Guck mal Folge an. Hex? Nee, ich bin gerade bei Playstation. Scheiße, Hex ist ja das. Also kannst du auch einfach merken, blau, gelb, rot. Cool. Hallo. Freunde. Hallo. Ich fühl mich wie so ein kranker Perverser. B war... Rot. Ich fühl mich wie so ein Kind. B ist rot. X ist blau. Y ist gelb. A ist grün. Und ich geh jetzt wieder nachher aus. Nein, da gehst du nicht rein. Nee, kommst du nicht rein. Wo kommst du nicht rein? Diese Geräusche. Das klingt, als würde hier gerade jemand rumfurzen. War da gerade blut? Nee. Hey. Oh, jetzt mach ich den bisschen schicke Schuhe an. Es ist nicht so wie bei... Du hast eine schicke Jacke, die erinnert mich total an. Guck mal, ich tanze. Ja, jetzt tanze ich noch nicht. Ja. Übrigens, Raz, das ist extra für dich. Ich hab meinen Duke Nukem Forever Cap hier an. Wenn ihr aufzustöhnen. Hallo. Leute. Ich dachte, ihr Frauen steht drauf. Wo muss ich überhaupt hin? Nach Nussloch. Können wir nicht über Slenderman oder so'n Scheiß spielen? Oh nein. Da muss ich jetzt rein, oder? Ja. Die haben nicht mal getrennte Toiletten. Das ist echt seltsam. Er macht halt den Südgeflutscher. Nico der Feuerlutscher. Und schau mal da in den Raum rein. Da liegt nämlich eine Akte. Konfidentisch! Oh, guck mal wie energisch er die Akte nimmt. Meine Akte! Meine Akte! Das ist besser als in The Last of Us. Es ging um Schlafrhythmen, das haben wir ja alles schon... Hallo. Oh, ich verstehe. Oh, draußen beladen sie... Übrigens ein... Das haben wir ganz vergessen. Ein frohes neues Jahr wünsche mir. Frohes neues Jahr! Oh, endlich guck mal, da hat jemand seine Tage. Oh, cool. Oh Gott, ich sehe meinen eigenen Schatten. Sie erschreckt sich. Okay, ich drehe mich um und sage Hallo. Okay, ich gehe jetzt einfach überall rein. Oh Gott! Oh Gott! Bist du wahnsinnig? Du kannst wieder nicht erschreckende Suppe klatschen! Das ist so... Ich warte schon genau in dem Rhythmus von der Spielfigur kann das gerade sein. Ich weiß gar nicht, ob ich weine. Ich weiß! Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala... Muss ich mich vor dem verstecken? Noch mehr. Alter... Alter! Ich... Ich... Ich kann sowas nicht spielen! Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Jetzt kommt der... Warte, das darfst du jetzt nicht überspringen! Jetzt kommt der... Pädopriester! Hallo, Pädopriester! Na, wie geht's dir? Puh... Nein... Das erinnert mich total an Bioshock, die Anfangsszene. Ich... 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 Ich mache einfach die Augen zu, okay? Halt! Stopp! Jetzt will ich! Lalalalalala... Alles, was das Licht berührt, Simba... Alles, was das Licht berührt... Nein... Es geht doch nicht nachdem, was ich hier sehe. Es reicht... Ich... Da muss es kurz nachdem... Aber... Ich... 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 Ja... Eik... Was ist das? Ein Wohgen... Oder es ist Blut, was in den Körper ist... Ich... Ach... Ich würde diesen Scheiß-Controller in die Ecke werfen. Das wäre echt geil, wenn das jetzt passiert. Ich würde es nicht vor das zu haben. Darf ich jetzt gehen? Wo bin ich? Was mache ich? Die Tür ist zu. Jemand hat die Tür zu. Was ist denn das für ein Schuft? Das ist aber unhöflich. Witness, also der konnte bezeugen, dass da jemand abkacken würde. Surprise! Der ist aber immer sauer. Das ist ja gerade das Geile. Du knallst die Türen da ohne Ende zu. Aber es hört halt einfach keiner. Du musst es ja noch nicht vor Fatty McFat-Fat wegschauen. Akte und Batterien bist du eigentlich auch noch mal holen. Wichtig ist genau umgucken in dem Spiel. Wenn man nichts übersieht nach möglichkeit. Genau, da ist es. Computer. Wir können mal gar nichts machen. Warum fängt der Kerl an zu stöhnen? Hey, da ist die Plans von RandomKellers. Gucken wir ab. Wie wird das denn? Immer noch! Es ist das Winter. Warte mal. Oh, ho, ho, ho. Fückt dich. Fückt dich weh, ja. Ups. Jetzt müssen wir erst mal sagen, wer es gemalt hat und was der Künstler damit ausdrücken wollte. Schauen wir uns mal seinen Duktus an. Das ist definitiv... Scheiße, die Wand an. Wo ist diese blöde... Ich glaube, der ist tot. Haben sie das von selber raus gefunden? Oh, Jesus. Okay, hey. Ich bin bereit, Tadeus, 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 Tadeus. Der schafft es einfach nicht. Weißt du, ganz ehrlich, ich glaube, ich setze mich jetzt einfach nur zu denen hier auf die Couch. Und schaue Assi-TV. Hey, Digger, geh mal aus dem Bild, dann fahre Wacken-Glase. Oh Gott. Mach schon, äh, lieb, äh, lieb, äh, lieb, äh, lieb. Okay, lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala. Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, das ist Metall drin. Du hast es verdient. Du hast es verdient. Warum schlägst du mich eigentlich? Weil du mir gerade, wie auch immer dieses Ding heißt. Was dann irgendwo erliegt in der Ecke. Tut's weh? Ja. Schade. Du kannst es auf dem Up-Up-Down-Down-Left-Right-Left-Right-Left-A-Versuchen. Du dreckiger Priester, du Schweine-Priester, du dreckiger. Bitte lass es die richtige Seite sein. Bitte lass es die richtige Seite sein. Guck einfach gar nichts. Nimm die Finger weg und geh mal. Bitte lass es die richtige Seite sein. Ja, geh zurück zu McDonalds. Ich glaub, dem sein Sex war ein bisschen zu krass. Schau mal seinen verkratzten Rücken an. Ja. Ich find, der sieht irgendwie aus wie der Cousin von Lemes ist. Ach so. Ellie, das kannst du nicht. Woosar. Darf ich jetzt einfach im Schrank sitzen bleiben? Nein. Du musst weiter. Warum sitzen die noch weiter? Was? Wo ist das Kamm? Keine Ahnung. Weil der Monteur gesagt hat sie verblicken. Das war zu viel für Ellie. Ich weiß nicht mehr. Es ist Fetty mit Fettfell. Fetty mit Fettfell. Du verfetteter Fettfellfetten. Weißt du auf was ich jetzt richtig Bock hätte? Okay, ich sehe. Weißt du, was für Spiele ich wirklich hasse? Spiele, wo du dich nicht wehren kannst. Oh Gott, renn! RENNN! Was ist das? Was ist das? Was hast du nicht jetzt reingemacht? Der Showaller funktioniert nicht mehr! Wieder funktioniert nicht mehr! Wieso funktioniert es denn nicht mit? REN. 年, buck dich doch. Pack dich nicht rum! RENN! Lauf! Mach auf! Gott 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 Gottes Was ist der Sch neglig? Wir gucken Kim, wir kommen AAAAAAH Oh ja, lass! Lass mich kay, lass mich kay! BAPS BAPS Signal! Wo ist denn das Schiff? Verstöck dich doch! Verstöck dich! Versteck dich!! Nein! Der zweite Biss! Jetzt ist es vorbei! Jetzt ist es vorbei! Jetzt ist es vorbei! Oh nein! Scheiße! Ich kann nicht mehr... Wenn du das jetzt gespielt hättest, du wärst gestorben. Siehste, genau deswegen hatte ich diese Scheiß-Controller-Steuerung, weil ich einfach nicht weiß, was ich machen muss. Es ist nicht funktioniert. Ich drücke hier auf den Knopf! Die Kamera geht nicht weg! Ich kann nicht mehr! Aua, mein Arm! Ich glaube, ich habe meinen Arm voll am Stuhl angeschlagen. So lange du dich nicht bei den Pistenheißen hast, ist alles okay. Da hat jemand, Who's there? Who's there? It's me. Wondering why you're not naked. Knock knock, who's there? It's me again. Still wondering why you're not naked. Show me your genitals, your genitals. Oh, bitte ey, dieses... Ich weiß nicht, was ich machen muss, wenn ich den Scheiß-Controller in der Hand habe. Das ist echt traurig. Das ist ultra lustig. Ich habe das Gefühl, später wird man nur mich schreien hören, weil das Mikrofon direkt neben mir ist. Barrels! What are you doing here, you little fucker? You're right. I can hear, I can smell you. I can smell you. I can smell you. Who let the dogs out? Who, 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 who? Who let the dogs out? Who, who, who? Who, 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 who? Weißt du, ob ich jetzt voll gern machen würde, einfach irgendwas nehmen und den voll über den Schädel ziehen? Ich finde es gemein, dass man sich nicht wehren kann. Warum kann dieser Fuzzi, den wir spielen, nicht einfach irgendein blödes Brett... Wie bei Silent Hill 2, ja? Das erste Monster war einfach mit einem Brett verprügelt, ja? Warum können wir das nicht hier machen? Ich weiß, ich weiß, ich finde das auch echt seltsam. Aber das ist halt, wie man das spielt. Ich fühle mich wohler, wenn ich die Leute verprügeln kann, die mir Angst machen. Lauf einfach, lauf einfach, bitte lauf! Und bitte lauf in die richtige Richtung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah! Run! Ich renne doch schon! Renn schneller! Da, 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 das Spiel, du Hohenzolle! Wo rennst du hin? Die richtige Aua! Du kannst dich hier nicht verstecken! Rechts! Rechts! Links! Links! Oben! Unten! Ich sehe... Boah! Fuck! Mach raus! Mach raus! Mach raus! Ja, hinten dran! Du sollst dich kaufen! Scheiße! Buddh! Okay, posture! Michael, sag um ==== He is somitbei doch nicht machen! Dcut Nул WHU Sehen Sie das auch Battery! Ne, ich will nich mehr... Lauf! Ist die Unheimlichmachung? Ja, ist sie! Wir haben sogar Schränke! BÄM! Das ist voll okay. Der Boden wird gesprenkelt sein von rotem Blut. Na was, worüber mache ich mir eigentlich Sorgen? Mein Blut ist doch grün. Wir machen es auf die Babu-Arme. Ich kann, wo Sie wissen, wer der Babu ist. Labi, Labi. Der kam nur im Radio. Irgendwie ist das das Jugendwort des Jahres. Oh mein Gott! Renn! 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 Der hat dich gesehen! Der hat dich gesehen! Renn! 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 Naja! Halt Richtung! Was machst du denn? Ich bin Afro! Ich bin Afro! Ich bin Afro! Run! 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 Ja, 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 ja! Halt Richtung! Halt Richtung! Lauf! Was machst du? Was tust du? Wo bist du? Wer bin ich? Was bist du? Startkasse! Oh Gott! Lauf! Lauf! Wie ist die Brüste ausgegangen? Der kann die Brüste ausgehen? Nein. Ein englischer Schrank! Oh Gott, der wird dich finden! Ich hör ihn! Er wird dich finden! Die Musik hört nicht auf! Die Musik hört nicht auf! Ich weiß nicht, wo ich hin muss, Alter! Nein, das geht aus! Was läuft denn? Versteck dich doch einfach! Nein, versteck dich nicht! In der Küche! Du dachtest, gerade der Schalter wäre er! Hab ich das nicht selber gemacht? Was? Du dachtest, gerade der Schalter wäre er, oder? Welcher Schalter? Ja, ich atme! Ich meine nicht, war es seine Schritte! Ich hörs, ich hörs hier! Schlippern! Das Wasser schlippern! Welche Seite? Welche Seite? Ich weiß es nicht! Ah! Wo! 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 Wann ist er? Von da ist er mal gekommen, glaube ich! Da bist du denn die richtig? Warum liegt denn das jetzt? Warum rittest du immer hier rein? Kannst du dich hier verstecken? Ja, da ist doch der Ausgang! Gott sei Dank, ich habe ihn nicht gesehen! Es wurden ein Schlitz in der Wand! Na 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 na! Du bist du... Ich dachte gerade, der Schalter das tut das jetzt. Diese Animation, die sah gerade extrem seltsam aus. Lisa, da ist er doch! Du, halt! Du hättest doch ein bisschen gewartet. Ist er überhaupt uns nachgegangen? Ich glaube schon. Ich meine nicht. Er ist aber auch zu blöd, um durch diesen Schlitz in der Wand zu kommen. Sei froh, bitte! Er steht auf... Nice Frontflip! Da war ein Backflip! Don't question me! Oh mein Gott, wieso das denn?! Lauf! Spring! Hüpf! Schleich! Ich hab doch nicht mehr auf den Pumpen getätigt, was soll das? Hast du? Ich hab beide Pumpen. Da ist er. Da ist er. Jetzt geht er mit. Aber ich hab doch beide Pumpen getätigt. Hast du auch. Oh mein Gott, was ist denn hier? Ah, ein Kerl aus dem Kopf! Hast du gesehen, wie hässlich der war? Oh mein Gott! Watch out with your face! Watch out with your face! Oh fuck! Oh mein Verpickzucker! Ahhhhh! Ahhhh! Neiiaiieieieieieiiiieieieiiieieiieiieiiieiieieieiiieiiieeiee! Sie haben gesehen! Da kann man nicht sagen! Oh mein Gott! Keine Ahnung. Was denkst du, ich kann das auswendig? Will, Must... Will, Must... Dasselbe! Ja, ich weiß... Scherz! Verdammte Scheiße, was für ein Romantikbanner aussah. Mann, der hat's aber auf den Kopf hier. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Was ist hier raus? Lass mich los! Scheiße! Alter, geh doch runter! Ich entschuldige mich jetzt schonmal für Hirnschäden, Gehörschäden, weil ich hier so rumschreien bin. Nein, ich entschuldige mich für Gehörschäden. Rechts! Rechts! Ich entschuldige mich für Hörschäden, die alle nach diesem Video haben werden, weil ich dauernd rumschreien Normalerweise schreie ich nie. Ich schwörs! Mit seinem... seinen lackierten Nägel! Tataata! Miles Abschuhe! Hallo! 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 Gott, 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 Gott! Oh Gott, der ist da, der ist da bestimmt! Der hat gerade was gesagt, der hat gerade was gesagt! Der kommt gleich, der kommt gleich! Der fickt dich, der fickt dich, der fickt dich hart von hinten! Der fickt dich sowas von Anna! Ich mache ihn nicht auf dich aufmerksam! Hallüchen! Sind Sie öfters hier heute, ne? Mr. Tu, da ist Nebel. Sopi, da will ich rein. Schön, sanft, reingeleifen. Ich ticke nicht, ich tute. Wir entfernen sich die Schritte. Wir sollten uns ein bisschen beeilen, du hast nur noch ein Akku. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn da drinnen? Was ist das? Das ist ein Arschloch. Scheiße, die Wand an, man, wir haben da noch einen verprägten Akku. Alter. Ja, 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 geh da drüber. Oh Gott. Weißt du, wie ich mich gerade fühle? Wie ein. Kennst du auch Krieg der Welten, oder? Wie dieses kleine Mädchen, das übelst nur am Schreien ist. Wie die fühle ich mich. Oh, das ist mir so auf die Nerven gegangen. Oh, ich bin gerade nicht besser. Alter, kann er sich verpissen? Ja, bitte. Danke. Aber sowas von. Das ist sehr großzügig von Ihnen, Sir. Danke schön. Sir, you're being hunted. Jetzt steht er gleich wieder da. Es gibt 3 Punkte! Ja, hau drauf! Versteck dich! Versteck dich! Renn weg! Renn weg! Er kommt! Bestimmt! Sofort! Geschwind! Ah! Scheiße! Da ist eine Batterie! Da war eine Batterie! Weißt du, wie scheiße gab es diese blöde Batterie ist? Lecken meine Eier! Ja! Ja! Falsche Richtung! Sipenia! Ja! Geh weg! Lauf weg! Und der Eheugekreis nennt sich unser Leben! Dem Gesetz der Natur! Renn weg! Das ist das Beste was du machst! Lauf! Lauf weg! Und komm nie mehr zurück! Komm nie mehr zurück! Oh Gott Alter! Ah! Ich komm nicht da drüber! Was ist das denn? Ich hasse das Spiel! Ich auch! Ah! Was ist das? Nein! 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 Hasse! Ich spritzen! Vater Martin, du perverse Dreck-Sau! Iiiiih! Guck dir den mal an! Der hat irgendwie voll die... Irgendwie voll die Snape-Lippen! Oh Gott! Nicht nur seine... nicht nur seine Lippen! Nicht nur seine Lippen! Dennoch sein Nasenbein! Was in der Nacht! Der hat gestern wahrscheinlich auch gut gefeiert! Der war auch bei Kevin! Der war auch bei Kevin! Ich hab ein Glas voll Dreck! Ich hab ein Glas voll Dreck! Und rat mal was da drin ist! Herbert! Geh weg du Dreck-Sau! Du dudel! Du dudel! Okay, ähm... Wir sind jetzt im Psychotrack! Hey, yo! Was ist da? Hi, Jill! Wir haben eine Zigarette! Guck mal da rein! Hallo! Iiiih! Iiiih! Das ist ein Dänz! Das ist ein Dänz! Hey, stopt TOUCHING YOURSELF! Iiiiih! 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 Stopt TOUCHING YOURSELF! Der macht das halt mal echt! Oh, guck mal da! Iiiih! 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 TELEPORTING NAKED GUYS! Guck mal! Hallo! Sind das Orks? Nein! Das sind sehr wilde Tiger! Ich weiß gar nicht, was der ist! Sieh aus wie Orks! Aaahhh... Aaahhh! Ich wusst! Echt?! Ich wusst! Duuude! Was ist mit dir? Schau dir meine Hände an! AH! WTF? schau dir mal den hat er fest dass ich deine zwischen die beine doch streichelt er sein er streichelt die luft der streichelt seinen penis guck mal den kopf der ist gerade gleich beim höhpunkt ich streichel ihn und dadurch warum warum fassen die sich hier alle selber an und warum rammelt er die tür und kennst du das kennst du das lieb ich habe von den bänden ich kann kiboto was kiboto kinder bodenton ja ich war was passiert was ist passiert er hat die haben ausgestreckt mach es noch mal ich hab's nicht gesehen alle die mit uns auf körperfahrt fahren müssen männer mit bärten sein die alle nicht guck mal der hat sich gerade total darüber gefreut als du das lied nein der ehrgeizig weil er nicht mitfahren kann weil er keinen bart ich hab keinen bart ich bin so unmännlich ja nur meine müssen männer mit bärten sein warum habe ich keinen bart ah ich bin so ich bin so 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 unmännlich 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 es fehlen eigentlich noch die rüstung die orkse aber eher urukai oder ja eher urukai fehlen eigentlich nur noch die weiße hansa romans an wem hast du die treue geschworen der geüze können sie den weg nach draußen ja ich weiß dass bahn mit arbeit das nicht leichter